Willkommen auf meinen Gartenkanal bei Janis Moratti bei den exotischen Pflanzen zu vermehren und wie es weitergeht und bei den heimischen Sachen zu vermehren und wie es weitergeht. Schaut in Kanal-Info, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter und ein YouTube-Kanal ist da verlinkt und schaut auf meine Homepage vorbei und schaut bei meinen Merch-Shop vorbei, schaut bei ihr vorbei und am Ende des Videos kannst du drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Teilt das Video mit euren Freunden, Familie bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat, überall. Und tut den Kanal kostenlos abonnieren und aktiviert die Glocke, dann verpasst du keine Videos mehr und kein Leispie mehr. Heute, da wird die Erdbeeren in Blumenkiste einpflanzen. Das zeige ich euch jetzt. So, da haben wir Ananas-Erdbeeren mit verschiedenen Blütenfarben. Weiß, Rot, Weiß. Und die Rote kommt in der Mitte. Jetzt, da haben wir da in die Kiste Erde hinein. So. So. Jetzt, da macht die Erdbeeren-Pflanzen-Austopfe So schauen die Wurzeln aus. Und da kommt die erste Frucht. So. 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 mal. So schaut die Wurzeln aus. So heißt die Sorte Ananas-Erdbeeren. Jetzt da mal überall Erde verteilen rundherum. Andere Sette auch. Jetzt stecken wir Etikett hinein. Und jetzt gießen wir es an. So jetzt gießen wir es an. Und jetzt können sie wachsen und durchwurzeln. Tschüss Leute. Abonniert meinen Kanal. Daumen hoch. Schaut es in die Videobeschreibung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schaut es Kanal Info. Schaut es bei i vorbei. Und am Ende des Videos kannst du drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Teilt das Video mit eurer Freunde, Familie bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat, überall. Und tut es den Kanal kostenlos. Abonnieren und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr keine Lesbians mehr und keine Videos mehr. Bis zum nächsten Video der Gärtner. Janus Moratti. Ciao, ciao. Ciao.